Leute, ich automatisiere gerade mein Balkongraftwerk, dann kam diese Nachricht von meiner Frau heute. Hintergrund ist der, ich experimentiere hier relativ viel. Und ich habe jetzt angefangen, zwei Sachen in meiner Wohnung bereits zu automatisieren. Das eine ist die Waschmaschine, das gucken wir uns irgendwann anders an, und das andere ist die Spülmaschine. Die beiden Geräte finde ich relativ chillig zu automatisieren. Ich würde sagen, wir müssen mal herausfinden, warum es jetzt nicht ging hier bei der Solarautomation. Wo ist sie? Wir haben den Ablauf, okay. Für alle, die das noch nie gesehen haben, das ist eine Automation in Home Assistant, die man eben ganz entspannt auswerten kann und gucken, was die eigentlich genau machen. Ah! Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Das Problem ist, dass da teilweise noch eine Automation von gestern lief, und er deswegen keine neue starten konnte, weshalb er einfach nichts gemacht hat. Ich werde nochmal ran müssen, die Automation überarbeiten, vor allem irgendwie sicherer zu machen, weil am Ende wollen wir auch, dass unsere Mitbewohner in der Wohnung profitieren von unserem Smart Home.